Am 18. Juni 1875 wurde die Stadt Dublin in Irland von einer verheerenden Überschwemmung heimgesucht. Eine Katastrophe, bei der 13 Menschen starben, doppelt so viele verletzt wurden und Dutzende von Gebäuden zerstört wurden. Ungewöhnlich für eine Überschwemmung war jedoch, dass keine dieser Todesfälle durch Ertrinken verursacht wurde und der Großteil der Sachschäden durch Flammen verursacht wurde. In dieser Nacht im Jahr 1875 war die Flüssigkeit, die durch die Straßen von Dublin strömte, kein Wasser. Es war hochprozentiger, unverdünnter irischer Whisky und zu allem Überfluss stand er auch noch in Flammen. Heute ist schottischer Whisky, auch bekannt als Scotch, einer der beliebtesten Whisky-Sorten der Welt. Aber das war nicht immer so. Es ist anzunehmen, dass die Herstellung von Whisky bereits im 10. Jahrhundert in Irland begann, als Geräte zur Parfümherstellung für die Produktion von Spirituosen umgebaut wurden. In den 1700er Jahren befand sich die erste lizenzierte Whisky-Brennerei der Welt in Irland und in den 1800er Jahren hatte Irish Whisky einen unglaublichen Bekanntheitsgrad erreicht, der Spirituosen wie Scotch oder Bourbon weit übertraf. Irish Whisky wurde meist in einem Brennkessel destilliert, wobei eine Maische aus gemälzter und ungemälzter Gerste verwendet wurde. Manchmal wurden auch andere Zutaten hinzugefügt, wie zum Beispiel roher Hafer. Nach der Destillation wurde der Schnaps mehrere Jahre lang in Fässern greift, was zu einem Getränk führte, das dichter und würziger war als andere Whiskys und das von treuen Trinkern auf der ganzen Welt bevorzugt wurde. Mitte des 18. Jahrhunderts gab es in Irland über 1000 Brennereien. Eine Zahl, die nur die eingetragenen, legalen Brennereien berücksichtigt und die vielen tausend illegalen Brennereien nicht mit einbezieht. Die Destillation von Whisky war ein wichtiger Wirtschaftszweig in Irland und nirgendwo war diese so sehr der Fall wie in Dublin. In der Hauptstadt Irlands befanden sich fünf der größten Brennereien des Landes. Neben diesen riesigen Brennereien gab es auch viele Lagerhäuser, in denen der Whisky während seiner Reifung gelagert werden konnte. Malone's Bonded Malt House and Warehouse war nur eines dieser Lagerhäuser. In seinen Mauern befanden sich etwa 5000 Fässer mit Whisky und anderen Spirituosen, die zusammen etwa 48 Millionen Portionen Whisky enthielten, genug um ein olympisches Schwimmbecken mehr als zur Hälfte zu füllen. Was das Feuer auslöste, das an diesem Tag durch das Lagerhaus brach, ist unbekannt. Gegen 8.30 Uhr wurden Flammen gesehen und der Alarm ausgelöst, aber die Bemühungen, das Feuer einzudämmen, waren erfolglos. Um 9.30 Uhr brannte das Feuer immer noch und um diese Zeit begannen die Whiskyfässer durch die Hitze zu explodieren und den Inhalt auf den Boden des Lagerhauses zu verteilen. Es sei darauf hingewiesen, dass der Whisky, der aus diesen Fässern floss, noch nicht für den menschlichen Verzerr verdünnt worden war. Er war immer noch extrem konzentriert und hatte einen weitaus höheren Alkoholgehalt als die fertige Spirituose. Als solcher brannte er extrem leicht und extrem stark. Das Ausströmen dieses hochentzündlichen Whiskys erschwerte nicht nur die Bekämpfung des Lagerhausbrandes, sondern führte auch dazu, dass Flüsse aus brennendem Whisky auf die Straße flossen und sich bergab in die Nachbarschaft nördlich des Lagerhauses ergossen. Die ersten Opfer dieser brennenden Flut waren einige äußerst unglückliche Schweine. Ihre Stelle standen direkt im Fluss des brennenden Alkohols, sodass sie schnell verschlungen wurden und zu Tode verbrannten. Das entsetzliche Quieken dieser Schweine alarmierte jedoch die Bewohner und führte zu einer schnellen und vollständigen Evakuierung der umliegenden Häuser. Durch ihren Tod gaben diese Tiere den Menschen in der Nähe zumindest eine Chance zu entkommen. Die Flucht aus dem Gebiet war so ziemlich das einzige, was die Anwohner tun konnten. Die brennende Flut des Alkohols setzte jedes Gebäude in Brand, das sie berührte und konnte nicht leicht eingedämmt werden. Der Versuch, die Flammen mit Wasser zu löschen, war zwecklos. Der Whisky würde einfach nach oben schwimmen und weiter brennen. Auch das Schütten von Sand oder Erde auf die Flammen hatte wenig Wirkung, da der Whisky einfach durchgesickert wäre. Da es keine Möglichkeit gab, die Flut zu bekämpfen, rannten die Bewohner weg. Es wird berichtet, dass der brennende Whisky in ein Haus eindrang, in dem die Bewohner gerade eine Totenwache hielten und sie gezwungen waren, den Leichnam eilig hinauszutragen. In der Zwischenzeit rannten Tiere, die es geschafft hatten, brennenden Stellen zu entkommen, wild durch die Straßen. Die Dubliner Feuerwehr leitete die Reaktion auf die Katastrophe. Verantwortlich dafür war der Gründer der Behörde, James Ingram. Ingram war ein Veteran der New Yorker Feuerwehr und hatte viel Erfahrung in der Bekämpfung ungewöhnlicher Brände. Er erkannte schnell, dass der Versuch, brennende Gebäude zu retten, sinnlos war, wenn man den Fluss des Whiskys nicht eindämmen konnte. Und so beauftragte er seine Männer damit, eine Reihe von Dämmen aus Kies und Pflasterstein zu bauen. Leider funktionierte das nicht. Der brennende Whisky sickerte einfach durch den lose aufgeschütterten Kies und breitete sich immer weiter aus. Ingram erkannte, dass etwas Dickeres und Undurchlässigeres als Kies benötigt wurde. Aber was? Die Lösung, für die er sich schließlich entschied, war einfach und erdig. Pferdedünger. Tausende von Pferden lebten neben der menschlichen Bevölkerung Dublins. Da die Erfindung des Automobils noch einige Jahre auf sich warten ließ, waren sie ein wichtiges Fortbewegungsmittel und Transportmittel. Natürlich produzierten diese Pferde eine beträchtliche Menge an Mist, der aufgesammelt und in den Höfen der Stadt gelagert wurde. Angesichts eines scheinbar unaufhaltsamen Feuers befahl Ingram seinen Männern, diese Dunglager zu nutzen, um Dämme zur Eindämmung der Flut zu bauen. Obwohl diese Taktik unkonventionell war, ging sie auf. Die Ausbreitung der Flut wurde gestoppt und die Flammen erschließlich erstickt. Aber trotz dieses Sieges war die Katastrophe noch nicht vorbei. Viele Menschen, die durch die Nachrichten über die ungewöhnliche Überschwemmung und das Feuer in die Gegend gelockt worden waren, kamen, um sich mit den eigenen Augen davon zu überzeugen. Jetzt, da die unmittelbare Gefahr vorüber war, feierten einige von ihnen, indem sie den Whisky probierten, der durch die Straßen floss. Die Erzählungen über die Katastrophe zeichnen ein geradezu heiteres Bild. Die Menschen zogen Hüte und Schuhe aus, um sie als Trinkgefäße zu benutzen und genossen den Whisky aus Krügen und Karaffen. Leider hatte das Trinken bei dieser Gelegenheit schreckliche Folgen. Die Illustrated London Times berichtete über die Szene. Menschenmassen versammelten sich und zogen ihre Hüte und Stiefel aus, um den Whisky aufzufangen, der in Strömen durch die Straßen lief. Vier Personen starben im Krankenhaus an den Folgen des Whiskys, der brennend heiß war, während er floss. Zwei Maispflücker namens Healy und McNaughty wurden in einer Gasse an der Cork Street gefunden. Sie lagen bewusstlos da und hatten ihre Stiefel ausgezogen, die sie offensichtlich zum Aufsammeln des Alkohols benutzt hatten. Im Krankenhaus liegen viele weitere Personen, die an der gleichen Ursache leiden. Es wird berichtet, dass zwei Jungen im Sterben liegen und es wird befürchtet, dass weitere Todesfälle folgen werden. Die englischen Zeitungen stürzten sich später auf die Behauptung, dass die Einwohner Dublins einfach nicht in der Lage waren, dem übermäßigen Alkoholkonsum zu widerstehen. Aber das war eine falsche Annahme, die weitgehend auf Stereotypen beruhte. In den meisten Fällen hatten die Menschen, die an einer Alkoholvergiftung starben, nur eine kleine Menge Whisky getrunken, also das, was sie normalerweise an einem Abend in der örtlichen Kneipe trinken würden. Es handelte sich jedoch nicht um gewöhnlichen Whisky. Es handelte sich um hochprozentigen, unverdünnten Whisky, der um ein Vielfaches konzentrierter war als das, was sie gewohnt waren. Schon der Genuss einer kleinen Menge reichte aus, um jemanden ins Krankenhaus zu bringen und im Falle von mindestens 13 Unglücklichen auch in die Leichenhalle. Mindestens 10 weitere Personen wurden durch den Konsum des unverdünnten Alkohols schwer verletzt. Mit Symptomen wie Blindheit und Hirnschäden. Es sind keine schweren Verletzungen oder Todesverlebkant, die auf die Flut oder die Flamme zurückzuführen sind, aber das Dublin Whisky Fire war dennoch eine tödliche Katastrophe. Anschließend mussten erhebliche strukturelle Schäden behoben werden. Häuser waren zerstört, Geschäfte ruiniert und ganze Straßenzüge verwüstet worden. Trotz dieser Zerstörung gab es auch einige positive Aspekte, die aus der Katastrophe hervorgingen. Die hervorragende Leistung der Dubliner Feuerwehr trug dazu bei, sie bei der Bevölkerung zu etablieren und ihre Bedeutung zu demonstrieren. In den narauffolgenden Jahren wurde das provisorische Hauptquartier, von dem aus sie operiert hatten, durch eine permanente, eigens gebaute Feuerwache ersetzt. Heute ist sie die größte und am besten ausgestattete Feuerwehr Irlands. Dieser und andere Brände in Brennereien im Laufe der Jahre machten den Brennereien bewusst, wie gefährlich die Lagerung großer Menge Whisky sein kann. Zahlreiche Maßnahmen zur Brandverhütung und Brandbekämpfung werden nun ergriffen, um sicherzustellen, dass ein solcher Brand in einem so dicht besiedelten Ort wie Dublin nie wieder vorkommen kann. Die Überschwemmung ist nun noch ein tragischer Teil der langen, geschichtsträchtigen und fortwährende Geschichte der Whiskyherstellung in Irland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017